Also ich möchte mich als erstes mal bedanken bei den Einsatzkräften vor Ort für diese wirklich ganz, ganz tolle Zusammenarbeit hier vor Ort. Die Jungs machen einen super tollen Job und es ist ein ganz tolles Miteinander. Was ich mir aber wünschen würde, wäre eine ähnliche, schöne Zusammenarbeit mit den Führungskräften, zum Beispiel in München, ein größeres Miteinander, dass wir in Entscheidungen einbezogen werden, dass wir uns auch einmal nach unserer Meinung fragen, dass wir da einfach mehr mit drin sind. Viele Sachen betreffen den Bahnhof und da würden wir einfach gerne, das wäre auch eine Wertschätzung unserer Arbeit, mehr mit einbezogen werden. Das würden wir uns noch wünschen.